Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Zoo. Ja, wir haben jetzt auf Weitermachen geklickt und hoffen, dass bald die Tiere kommen. Wir müssen... Ah, wir brauchen noch Strom. Einrichtung, Strom. Hier. So, schön leise. Warte, Weg. Geht auch von... Nein. Ganz klein. Äh, ja. Willst du mal runterkommen hier? Ähm. 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 Wieso ist der so weit oben? Hä? Was ist denn bei dem verkehrt? Ich will doch nur spielen. Okay, ich versuch's nochmal. Einrichtung, Strom. Ich glaube, ich glaube, dass... Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, da oben kommt noch einer hin. Ich würde sagen, hier oben. Ähm. Irgendwas sagt mir, dass der nicht ganz hier oben ist. Ja. Keine Ahnung, was der da unten macht. Der ist auch nur da unten der... Ding ist weg. Okay. Komm auf die Oberfläche der Tatsache. Ähm. Kann ich das... Ähm. Nee. Nee, das ist... Das ist falsch. Ah, jetzt hat. Okay. Alles klar. Wege. So. Alles klar. Gut. Mitarbeiter. Du brauchst einen Tierarzt. Ja. Ähm. So. Mitarbeiter. Ver... Krass. Okay. Ähm. Tierpfleger brauch ich. Und noch einen. Dann brauche ich Techniker. Dann brauche ich... Ähm. Ähm. Verkäufer hab ich. Tierarzt brauche ich. Okay. Zufriedenheit. Tierpfleger, Verkäufer, Zoopfleger. Und... Du brauchst eine Tierpraxis. Das habe ich auch noch nicht. Uiuiuiui. Tierpraxis ist natürlich sehr wichtig. Äh. Tierpraxis ist da. So. 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 Jetzt, äh, laufen die natürlich von da nach da. Das ist halt ein bisschen blöd. Klar. Oder... Inspektor kommt in 19 Monaten. Uiuiui. Ähm. Gut. Ah, genau, genau, genau. Da muss ich ja noch äh... Glas machen. Weil die müssen ja sehen. So. Okay. Ah. Mein erstes Tier. Mal schauen, was ich... Also ich muss hier wahrscheinlich das, äh... Dir geht's gut. Dann... Dir geht's gut. Genau. Lebensqualität. Dann mache ich hier Gehege. Aber du... Futterbeschäftigung. Du hast kein Futter. Das ist ja... allerhand. Und kein Wasser. Entschuldigung. Tut mir leid. So. Beschäftigung. Durch... Durch was? Durch... äh... Lebensqualität. Futter... Futter... Durch Futter für alle... Tiere. Wölfe sind noch nicht angekommen. Okay. So. Wasser trug. Aber... Ihr... Ihr habt doch gar keine... Lebensqualität. Ähm... Ich bin verwirrt. Spielzeuge. Art... Afrikanischer Bison. Aber der... der mag doch nix. Viel zu wenig... Viel zu wenig Beschäftigung durch Spielzeuge für alle Tiere. W... Wieso wird dann hier anget... Weil ich noch keine Spielzeuge habe. Ich muss die Spielzeuge erst erforschen. Jetzt Arzt. Okay. Alles klar. Ähm... Jetzt verstehe ich... Tiere. Gut. Tierärzte. Hier. Ich... äh... Ich... äh... Hol mir noch einen Tierarzt. Äh... So. Weil ich nämlich... ähm... Hier noch die Wölfe erforschen will. Gut. Da kommt der erste Wolf. Da ist der erste Wolf. Hallo. Oh. Gute Fotobeschäftigung. Natürlich noch nie. Wohlbefinden. Gehege ist so lala. Gelände. Das Gelände ist für den absolut nicht geeignet. Okay. Langes Gras ist viel zu... viel. Okay. Ähm... Wow. Okay. Das ist ein... großer Pinsel. Okay. Der will... gar kein langes Klaus. Der will... gar kein langes Klaus. Okay. Jetzt ist... äh... Erde. Äh, Fels? Wieso, wieso kämpfen die, hä? Die haben gar keinen, keinen Grund dazu. So, ja, ist ein bisschen felsiger, dann, die, die wollen echt alles voller Erden. Kämpfen um Alpha-Status, ja. Ganz hafte, äh, Verletzungen. Okay, die ist jetzt, äh, das Alpha. Aber ist verletzt, okay, aber der Tierarzt kommt schon, ist sehr gut. So, ähm. Quarantäne ist überstanden, super. Tiere, Quarantäne, verlegen, hier rein. So. Ah, da, da kommen schon die ersten Besucher. Ähm, dann werde ich hier mal gleich, äh, Gäste. Hier und, äh, hier. Und, äh, Informationen. Merchandise, Zueingang, Toiletten. Hm. Lebensqualität. Ja. Die brauchen halt, äh, ein bisschen mehr Lebensqualität, aber das kann ich noch nicht bieten. Ähm. Ja, das braucht halt noch, äh, noch ein bisschen, ne. Aber hier kommen ja schon die, die ersten Besucher. Ah, da oben. Hier muss ich auch, äh, äh. Äh, 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 über Forderung. Genau, das da. Nein, du sollst auch nicht auf den Weg sein, sondern neben. So, und dann das gleiche nochmal hier. Und, ja. Und, ja. so, vielleicht, äh, ein bisschen was zum Sitzen. Und eben der Platz, ja. Das ist halt dann so. Und, äh. Recycling. Komm hier hin. Warnschild nicht füttern. Warnschild nicht stören. Warnschild nicht stören. Sicherheitskameras. Genau, dann kommt hier oben noch. Noch genau der gleich hier. So, hier. Eins, zwei, drei. Hier normaler. So. Äh, warum wollen die kein, kein, äh, Ding? Wollen die Schnee? Ja, die, ich könnte hier Schnee machen. Ich, ich will hier Schnee machen. Weil das, äh, das sieht, äh, sehr viel besser aus, als jetzt, äh, dieser Schmutz. Äh, Klimaanlage. Äh, kommt, äh, hier eine hin. Hier eine hin. Hier eine hin. Und hier eine hin. So, die wird jetzt auf, genau, 0 Grad. Warte, ich will nämlich Schnee haben. Gelände. Okay. Okay, ich glaube, die, die brauchen nur. Wenn wir weiter tun. Was warte. Hä. Kämpfe wegen ... Über ... Belegung. Tiere 3. Wieso Überbelegung? Oh Mann, die Enti ist jetzt auch wieder verletzt. Oi, oi, oi. Ich wünsche, ich könnte ein Imbissstand. Da vorne ist ein Imbissstand, du holde meid. Oh, ähm, kein Verkäufer. Okay. Verkäufer einstellen, hier bitte. Und, äh, hier bitte. Gut. Ja. Super. Ähm... Die Saison ist klasse. Imbiss, genau, das, äh, kommt jetzt alles. Ich, ich glaube, ich, ich baue hier gleich, äh, noch eine, äh, eine, ähm, eine Klinik hin. Weil, äh, ja, die, die zoffen einfach so viel. Na? Na? Genau. Ja, ich, ich habe halt noch nicht genug genug. Gut, gut, in zehn Monaten, Spiele auf Besuch. Denen geht's, ja, so lala. Aber mit dem, ähm, Ja, den, den, den gibt's super. Also, Schnee könnte ich auch noch machen. Aber, ja, da, das brauchen wir jetzt nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier, gehen wir, warte. Ähm... Machen wir, äh, wir, wir machen, glaube ich, hier, äh, erstmal die Pandas. Ähm... Oder Kata. Könnte ich auch machen. Ähm... Taiwanischer. Ähm... Okay, Pandas gibt's gerade nicht. Ja, dann, Schnee, Leo, ein paar... Gibt's, klar, gerade auch nicht. Habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Ähm... Ne, äh... Ne, Überlegung. Was bedeutet das? Also, heißt das, äh, wieder ums Alpha-Ding? Das ist halt der Alpha, ne? Ja, okay. Okay, okay, Al... Ja... Verdammt. Das sind jetzt zwei Alphas, das ist so blöd. Ja, ich glaube, die müssen, äh, die müssen, äh, das noch ein bisschen ausfighten, hier. Wie viele, ähm... Tierpfleger, Techniker, Verkäufer... Tierarzt... Ich, äh, ich hole, ich hole, ich hole, ich hole mir noch ein Tierarzt. Äh, 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 die Falten halt gerade extrem krass. Und ich hole mir noch ein, äh, Tierpfleger. Weil... Hier, die, die brauchen wir halt auch Futter, ne? Inspektor kommt in acht Monaten. Gut, bis der kommt, will ich... Bis der, äh, ja, das, das mache ich dann auch. Ähm, ja, hier können sie halt nur die, die tolle, ähm, die tolle Ding, äh, bestaunen. Warte, also, äh, Bär. Der Bär, der Bär, der Bär, der Bär, der Bär, der Bär, der Grizzly Bär. Äh, Zopedia, sag mir, was er braucht. Also, 700 Quadratmeter, minus 10 bis 28, also der braucht auch wieder, äh, Tiger gemäßigt Hundra. 1 bis 2, äh, brauche ich ein Mädchen, ein Wappchen, alles klar. Gut. Äh, Barrieren, der braucht wahrscheinlich... Widerstand 3. Ja, ich... Ich mach mal mit dem... Mit dem, ähm, See drin. Und sicher brauche ich das jetzt nicht, aber... Damit er nicht ausreißt. So, hier würde ich sagen, ist dann das Gehege, wie groß ist das, das ist, ähm, 5000. 5400, ey, also gut, SORZO 4, 4 Müll vorhanden, weil ich euch, äh, stimmt, also, äh, hier unten muss ich noch, äh, Müll hin zu tun, Ah, jetzt haben die ja Essen. Ja, dann mache ich das halt entlang von dem Ding. So, recyceln. Ist gerade ein bisschen overdue, aber naja, die haben gemeckert. So, jetzt ist aber Ruhe hier. Ganz hafte Verletzungen, oh man, die kämpfen die ganze Zeit. Oh, voll schade. Gut, mal schauen, ob sich das noch bessern wird. 11.000, ich habe halt echt nicht mehr viel Geld. So, ähm, gut. Das ist auch wieder so ein Riesengebiet für zwei, zwei kleine Bären, gell? Nee, das wird nicht das Bärengehege, das Bärengehege wird das hier, ganz ehrlich. Nee, das wird auch kein Bärengehege. Die Bären kommen hier hin, oder? Ah, aber wer kommt dann hier? Ist aber schon, schon ein Riesengebiet. Warte mal, äh, wie sieht's denn gerade mit, äh, meiner Forschung aus? Ja, bis zur Hälfte ist es fertig, aber das dann noch gar nicht. Wieso brauchst du so lange? Erforsch doch einfach paar Bälle, die die haben wollen. Oh Gott, und wir haben schon wieder überzogen. Gut. Ah, ich bin mal sehr gespannt. Also, oh, wir machen Plus. Uiuiui. Ich lese da immer sofort, äh, Kampf ums Überleben, aber Überbelebung. Belegung. Dann darf ich da wirklich nicht mehr als drei Wölfe haben. Das ist doch bescheuert. Wieso? Jetzt ist der verletzt. Oh, jetzt, jetzt, äh, zieht doch nicht rum und, äh, macht Kinder. Ähm. Inspektor, ja, ne, äh, gut, da, ich, ich werde immer abgelenkt. Gut, danke viel Zuschauen, äh, mal schauen, was wir mit den Wölfen machen. Vielleicht, äh, holen wir da wirklich ein Wolf raus. Also, jetzt, jetzt. Ähm. Erwachsene Population ist drei, okay. Gut, dann muss einer weg. Ähm. Am besten die. Ähm. Das ist halt, äh, noch eine Alpha-Ding. Tschüss. Oh, es schneit. Cool. Äh, verlegen in Tierhandelszentrum. Und dann muss ich die verkaufen. Ähm. Und ich hab schon wieder nicht Schluss gemacht. So, jetzt mach ich hier so. Und, ciao. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye. Sag, guck, guck. Oh, sieh. Cha, cha, cha. Scha, cha, 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 cha. Scha, cha, cha, cha. Scha, cha, 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 cha. Untertitelung des ZDF, 2020